Das war gut. Hohlmantelgeschosse aus Titanlegierung mit C4-Auslöser. Die schnellste Explosivmunition der Welt. Die mache ich selbst. Als die Invasion vorbei war, stritten Bruce und Superman wieder. Ich kämpfte für keinen von beiden. Einerseits hat das Regime recht. Abschaum, Mörder und Vergewaltiger verdienen den Tod. Andererseits mag ich autoritäre Regierungen einfach nicht. Vor allem, wenn es Diktaturen sind. Während sich also die Besten der Welt gegenseitig bekämpfen, kämpfe ich für das Volk. Die Schwachen, die Unschuldigen, alle, die sich nicht selbst schützen können. Wenn sie nach Hilfe rufen, bin ich für sie da. Und die Verbrecher, die ihnen zusetzen? Die müssen lernen, dass Taten Folgen haben. Dass Red Hood sie jagen wird. Und zwar mit dem Pott. Und zwar mit dem Pott. Und zwar mit dem Pott.